leute willkommen zu einer weiteren apex legends late night news folge ich habe soeben auf ex ein paar richtig geniale hochauflösende bilder der neuen district battle royale map entdeckt vom guten oswald dator der die map vor einiger zeit schon geleakt hat er hat leider aber auch geleaktes die map wohl erst in season 22 kommt wenn er damit recht hat bekommen wir leider in der nächsten season nur eine neue legende und keine neue battle royale map die bilder scheinen gestern mit den quellcodes mit dem neuen update für das aktuelle event in die quellcodes gekommen zu sein hochauflösende bilder wir erinnern uns vielleicht an den ein oder anderen teaser im moment ist das falsche bild hier zum beispiel kurz bevor das silva gestorben ist in season 19 haben wir hier schon ein bild auf diesem tablet entdeckt die hat man schon gesehen wie farbenfroh die neue map werden könnte und dann gab es noch in season 19 auf stormpoint ein paar teaser auf irgendwelchen kontrollbildschirmen die dann eher so in blau schwarz gehalten waren da hast du auch nicht viel erkannt da ging man dann ursprünglich davon aus menschen season 20 ist es endlich soweit in season 21 dann scheinbar doch immer noch nicht müssen wir mal abwarten vielleicht werden wir ja doch noch überrascht müssen wir einfach mal abwarten ich habe auf jeden fall ein paar pois sehr sehr hochauflösen ansonsten noch die map aber noch in eigener sache auch für euch die bitte noch einmal in meinem community tab das feedback darauf ist leider nicht ganz so hoch wie ich gehofft habe es kann ja sein dass viele sich vielleicht für die global series nicht ganz so dolle interessieren aber ich habe vor zwei tagen euch darum gebeten überlegt überlegt euch mal die top 1 2 3 fragen die ihr einem top spieler wie imperial oder einem ganzen team stellen wollen würdet wer es noch nicht mitbekommen hat ich wurde von ea eingeladen nach la nächste woche dienstag geht es los da kann ich die global series live miterleben an allen vier tagen und eventuell das steht noch nicht 100 pro fest habe ich die möglichkeit die teams kennenzulernen und den vielleicht auch die ein oder andere frage zu stellen deswegen an euch die frage was würde euch sehr sehr brennend interessieren nicht so gut suchen wir die besten fragen aus und maximal drei würde ich wahrscheinlich stellen vielleicht habe ich auch noch eine eigene frage wo ich sage das würde mich interessieren die ein oder andere idee habe ich das schon aber vielleicht bringt ihr mich noch mal auf eine frage wo ich sage hey an diese frage hätte ich nicht gedacht also meine frage zum beispiel speziell bevor wir jetzt gleich auf die neue map eingehen mit den absolut genialen bildern wäre zum beispiel was würdet ihr euch für apex legends wünschen was müsste in dieses spiel noch reinkommen dass ihr sagt hey das ist das beste was man machen müsste und dann ist das das geilste spiel aller zeiten was für ein feature müsste kommen oder was müsste man vielleicht rausnehmen weiß der geil irgend so was könnte ich mir das vorstellen wäre schon eine ganz kreative frage deswegen bitte an euch geht auf den community tab schreibt eure frage rein gerne auch unter diesem video wenn ihr jetzt keinen bock habt dann noch nach dem community tab zu suchen und ansonsten bin ich auf jeden fall ab dienstag jeden tag immer mal für ein paar minuten mal mehr mal weniger auch in la live auf twitch über mein handy werde auch live vor ort bei den global series berichten vielleicht auch einfach mal ein bisschen länger online sein euch ein bisschen was zeigen fragen beantworten vielleicht schauen wir einfach mal was genau dann noch auf mich zukommt weiß ich nicht es wird auf jeden fall sehr sehr aufregend wir starten jetzt einfach mal mit dem ersten bild und zieht euch bitte rein wie farbenfroh und genial bitte diese map aussieht und ich finde es geil dass endlich mal eine battle royale mehr rauskommt zumindest wenn wir dem jetzt glauben schenken können dass das mal nicht zur tageszeit sondern zur dämmerungszeit zur abendzeit dann wenn die meisten normalerweise feiern gehen so zumindest sieht es aus und das finde ich sehr sehr geil erinnert euch an die n core map diese arena map die ja auch richtung broken moon geht die sieht sehr sehr düster aus ich weiß gar nicht ob die die map überhaupt noch im spiel ist weil ich arenas und co nie intensiv gespielt habe und team deathmatch war die glaube ich auch nie dabei keine ahnung die sah sehr düster aus auch so ein bisschen destiny lastig und das fand ich sehr geil und ich habe so gehofft dass broken moon genau in diesem licht verhältnissen getaucht ist und das war dann im endeffekt doch nicht der fall sondern eher sehr sehr tages lastig dann haben wir einen ersten spot ich zoome gleich auch noch mal die gesamte map näher ran so dass wir alles noch ein bisschen näher im augenschein haben moment warum kriege ich jetzt das bild ja nicht richtig gesumt schlecht vorbereitet das ist einer der pio eis nennt sich e district 2b blossom drive absolut genial und ich muss jetzt einfach mal kurz mein pfeil noch zur hilfe holen wir haben auf jeden fall hier ein paar gebäude wo ich mal hoffe dass es vielleicht nicht nur eine untere etage gibt und danach hört die treppe auf und dann ist ja irgendwie nix mehr ein zwei drei hier größere gebäude und paar kleinere kennen wir alles schon aus anderen wir so eine typisches world's edge gebäude wie wir hier sehen mit vielen bäumen die wir auch auf anderen maps schon gesehen haben sieht optisch auf jeden fall extrem extrem genial aus der nächste spot ist wahrscheinlich so ein bisschen angehaucht für views finde ich auf jeden fall eine richtig coole sache wir sehen hier auf jeden fall ein hologram von views der wahrscheinlich hier eine bar oder so auf der auf der map irgendwas könnte ich mir vorstellen und das ist die rückseite von diesem blossom drive was nur kurios ist das seht ihr jetzt gleich auch noch mal auf der herange zoomen xxl map dass wir eigentlich diesen schriftzug spiegelverkehrt hier lesen müssten warum der hier so rum ist keine ahnung vielleicht auch ein fehler von mir ein interpretations fehler sei es drum egal man sieht auf jeden fall hier an diesem spot gibt es viele verschiedene eben einmal haben wir hier unten eine ebene hier liegt hier ist ein bus das sind ein paar kaputte autos dann geht es hier zur nächsten ebene hoch dann wir ein paar gebäude wenigstens noch mal zwei extra etagen in dem gebäude dann ist hier noch ein zugang mit natur wurde keine ahnung wie hoch kannst aber sieht nicht so aus als könntest du hier höher dann kannst du hier noch auf das dach und es sieht auch so aus als könnten wir hier drauf wahrscheinlich mit einer zip line dann haben wir ja noch ein höheres gebäude wo eine plattform ist wo man auf jeden fall ein bisschen high ground hat und hier hinten auch noch mal ein paar höher gelegene elemente sieht auf jeden fall extrem interessant aus und ich glaube auch dass stündlich mehr bilder von dem pio eis in diesen details veröffentlicht werden aktuell habe ich leider nur die hier haben wir so ein bisschen mirage voyage lastig ein schiff sieht dem auch sehr sehr ähnlich mit ein bisschen fantasie gerade hier dieses deck oder dieses gebäude sieht mir auch extrem ähnlich und ich glaube auch dass hier unter deck ein bisschen was passieren wird man kann von hier aus dieses teil betreten hier kann ja wahrscheinlich in die seite rein laufen hat man dann so 123 verschiedene ebenen auf dem teil sieht unwahrscheinlich unwahrscheinlich genial und kreativ aus wie ich finde es wird auf jeden fall zeit viele sind sehr enttäuscht mit der information wenn die season wirklich jetzt keine neue battle royale map bietet was sehr sehr schade wäre dann haben wir hier so tamo city hall sieht auch sehr stark aus mal wieder ein größeres zusammenhängendes gebäude was wir auch von olympus so grob kennen was ich sehr cool finde dass du hier unten rein kannst und hier unten rein kannst und hier oben irgendwo in der mitte treffen sich dann die gebäude wurde dann auf andere squads treffen kannst du vielleicht von hier oben schon drinnen landen kannst es sieht auf jeden fall geil aus und hier auch im hintergrund sieht man eine skyline wahrscheinlich so ein titanfall ding weil es ja hieß district ist ein titanfall lastige map da ich mich mit titanfall jetzt nun nicht wirklich so auskenne was die meisten von euch wissen halte ich da lieber meine klappe und interpretiere da nicht so viel rein ein weiterer spot sieht so ein bisschen aus wie so ein staudamm sieht auch ultra ultra nice aus elektrodamm scheint ein staudamm zu sein wortfindungsstörung zur späten stunde es tut mir leid sieht auch ultra stark aus wobei ich aber sagen muss dieser spot jetzt ehrlicherweise bin ich mir nicht sicher ob der zur map gehört ob das vielleicht eine extra map ist ich habe das video nämlich gerade schon mal aufgenommen habe ich das bild noch gefunden und war mit meinem erzählen nicht ganz so zufrieden ich gehe nämlich jetzt einfach mal hier in die perspektive wo ich die map ganz ganz nah ran gesucht habe und gehe einfach mal so ein bisschen durch so um die 15 bis 17 p o eis konnte ich grob zählen wir fangen einfach mal hier an und gucken uns das alles ein bisschen genauer an hier auf jeden fall der erste spot dieser blosse dieser dieser drive hier dieser dieser dieses blossom drive hier kann man hier richtig rumlesen und von hier aus das ist ja dieser views spot eigentlich müsste man hier das spiegel verkehrt lesen müssen wie auch immer völlig egal weiter geht es im text wir waren ein bisschen nach rechts und haben hier auch ein paar arena elemente hier kann man schon auch cool feiten sieht extrem genial aus hier ein paar häuser ist aus den wohnkomplexen ganz ganz großer und dieser staudamm ich habe bis jetzt noch nicht entdecken können dann haben wir hier dieses schiff das könnte vielleicht die rückseite vom staudamm sein aber ich glaube eher nicht weil wir haben ja diesen ventilator aber eigentlich sieht es eher weniger danach aus weil dieser staudamm ist da eigentlich irgendwo an einem berg sein ich kann jetzt gerne noch mal kurz hier aufmachen im hintergrund sieht man eine riesen mauer deswegen könnte es sein dass das vielleicht irgendeine arena map ist irgendeine keine ahnung kontroll map oder sowas punkt a punkt b punkt c nimm ein und mach irgend so was könnte es auch sein dass es muss nicht unbedingt sein sehen wir hier das teil ach hier oben links ist es alles klar jetzt habe ich sie dann auch selber entdeckt wir gehen aber jetzt aber noch mal ein bisschen zurück und gucken hier noch mal ganz kurz über die map hier haben wir noch ein pio sieht so ein bisschen aus wie dieser atmosphären erzeuger keine ahnung wie diese dinge auf broken moon heißen sieht so ein bisschen kaputt aus hier noch mal so einen kleinen wohnbereich ein paar hochhäuser hier ist ein zeppelin der über so eine art arena schwebt das wahrscheinlich 10 zeppelin lande arena oder irgend so was ansonsten haben wir hier erst qualitativ ran gesund dann doch nicht ganz so geil erkennt man sehr sehr schlecht sieht sehr sehr dunkel aus zum bisserl keine ahnung das sieht ja schon fast aus wie ein wie ein friedhof keine ahnung dann haben wir hier den staudamm haben wir ja gerade in großaufnahme gesehen und hier sehen wir quasi das zentrum der map hat jede map ja irgendwo im zentrum irgendwas riesiges wo man von 1 2 3 4 5 6 7 8 ich würde jetzt so 8 9 zugänge aus allen richtungen findet man irgendwie um hier richtig aufs maul zu bekommen also ich glaube hier landen ist ein eigentor für jedes team würde ich mal fast behaupten hier drüber zu rotieren ist wahrscheinlich wie wenn du auf olympus in der mitte an dem wasserfall hier durch ich kann mir immer die spot namen nicht merken ihr wisst in der nähe von hammond labs und dieser riesen ventilator rotiert da landet man einfach nicht weil du da sowieso nur vor den sack kriegst wobei ich diesen spot extrem liebe ansonsten haben wir jetzt hier noch das rotlicht viertel sieht zumindest so ein bisschen danach aus und würde sagen so grob sind wir alles durch also ich zähle so um die 15 bis maximal 17 pio ist mal größer mal kleiner optisch muss ich aber sagen gefällt mir die map extrem gut ich gehe jetzt noch mal ganz kurz auf ex und gucke ob ich noch ein neues bild für euch habe schwupps da ist schon das nächste bild sehr schön dauert ein bisschen bis der gute ausfall dato hier alles aktuell hält und schon haben wir hier das sieht ein bisschen kleiner aus okay das qualitativ nicht ganz so hochwertig das ist aber völlig hupe wir haben auf jeden fall noch einen weiteren spot was mich ein bisschen irritiert ist dass an verschiedenen spots andere farben dieser flaggen hängen und da alter ja wenn wir das in liegs schon gesehen haben ich glaube so in richtung grün die farbe geht und wir an auf anderen an anderen stellen an dem staudamm glaube ich haben wir rot gehabt genau da sind rote keine ahnung das kann auch sein dass das hier aus dem quellcode direkt gezogene bilder sind keine ahnung aber dem muss man ja glaube ich nicht zu viel beachtung schenken das ist glaube ich hupe jammer auf jeden fall noch ein riesen jump tower ein paar wasserfälle ultra geil das sieht echt nice aus was mir aber auffällt dass man so im detail extrem wenig bis gar keine loot bins sieht es kann natürlich sein dass das bilder aus kell kurz sind wo das alles noch nicht verteilt wurde also es gibt hier und da ein paar bilder wurde loot bins siehst hier sieht man auf jeden fall vereinzelt welche hier oben hier sieht man welche hier jetzt jetzt gucke ich genauer jetzt sieht jetzt springt es mir ins auge aber wenn ich hier zum beispiel gucke müsste ich aber ganz scharf schauen dass ich hier ludwins sehe hier sehe ich nämlich keine hier sehe ich ja hier gibt es ein paar diesmal hier im eingangsbereich haben wir schon mal zwei noch genauer wäre ich jetzt hier nicht überfliegen hier sieht man glaube ich auch nicht eine oder ich überfliege es nur mal ganz grob hier erkenne ich auch keine das kann natürlich sein dass die bilder alle schon ein bisschen älter sind und selbst hier wo es extrem augenkrebs lastig ist weil man hier wahrscheinlich gute sensitive epilepsie bekommt vor lauter farben sehe ich extrem wenig bis ich sehe gar keine loot bins muss aber nicht unbedingt irgendwas heißen ich glaube ich spare mir das jetzt hier durch alle bilder noch mal durch zu setten auf jeden fall bin ich gespannt werden wir uns diesen 21 überrascht ja oder nein weil jetzt schon so detaillierte bilder von der map zu bekommen ist jetzt auch nicht gerade sehr sehr typisch vielleicht wird es ja doch noch online geschaltet auch wenn ich nicht mehr so wirklich dran glaube weil auswahl dator mit seinen leaks immer sehr 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 up to date war und das eigentlich fast immer gepasst hat so jetzt gucke ich noch letztmalig ob es ein neues bild gibt nee jetzt gibt es kein neues bild mehr deswegen bin ich mit meinem latein und mit meinen nachrichten für vorerst erst mal am ende falls ich es noch nicht erwähnt habe ich bin auf jeden fall wenn ich in der elben jeden tag für ein paar minuten oder auch länger immer mal live halte ich auf den laufenden auf instagram werde ich vielleicht auch ein bisschen was hochladen auf youtube muss ich mal gucken wie ich das alles so weit hinkriege lasse ich einfach mal überraschen ich freue mich auf jeden fall auf den trip ich freue mich auf euch und schaltet ab und zu mal ein würde ich mich auf jeden fall freuen das war es jetzt soweit von mir und vergesst die fragen an die global serious teams nicht das war es von mir rein und dann